Willkommen Reisende. Wir befinden uns wieder auf der Welt von Foundation. In der letzten Folge haben wir ein riesen Mauerkonstrukt errichtet. Was wir da rein stellen ist noch fraglich. Als nächstes kommt erstmal hier die Milchhöfe mit den Kühen. Müssen wir erstmal fertig kriegen. Schicke Häuschen haben wir gebaut. So auf geht's. Erstmal Baumeister zuweisen. Werkarbeiter reicht. Holzfäller. Guck mal wo keiner. Hier fehlt ein Zimmermann. Ja und hier fehlt noch Träger. Das war mal zu sehen. Alle zu Leibeigenen. Oh die können wir zu Bürgern. Dann wollen die Luxus haben. Was brauchen wir denn? Bürgerlich eigentlich 20. Dann Bürger. Wir sind das hier. Ja, können wir ja mal machen. So. So. Den Wehrturm hat er mal hier schon Türen. Unser schönes Herrenhaus. Wir könnten ja irgendwie noch ein paar Brunnen hin. Ein paar Brunnen. Ein paar Brunnen. Nochmal sehen. Vielleicht ein zentraler Brunnen. Vielleicht ein zentraler Brunnen. Ein paar Brunnen. Ein paar Brunnen. Ein paar Brunnen. Ecken. Vielleicht so. So. Und dann werden wir hier einen Fußboden hinbauen. Und hier vielleicht noch Grünzeug. Mal schauen. Schornstein. So bauen. Einen brauchen wir nicht. Ein paar Fähnchen. So. Müssen wir mal schauen, wie wir den Boden hinbekommen. So einnehmen. Ah, können sogar einen Friedhof bauen. vielleicht was anders hier und testen uns reißen was wieder ab das gras kann man leider nicht selber entfernen also legen wir uns den fußboden dann können wir fuchsbäume auch verschieben und mittig platzieren wir lieben bodenplatten auf diesem channel nichts geht über bodenplatten jetzt müssen wir uns einmal drehen mit versehen da fehlt einer noch da bis zur ecke so nur noch die bäume platzieren mal gucken die sind bestimmt holz wir haben wir noch holzerweiterung ohne schatzkammer hier ist noch holzturm so welche ecke denn ist es wieder ja die steht drin wieder so neu bauen weg so sieht das noch gut aus hier blendet man das menü aus gute frage mal gucken kamera hause spätigkeit hoch fenster schließen nachsteuerung vielleicht so alles auch erledigt kirch ist fertig hat platz 195 leute also brauchen wir erstmal keine neue bauen das haus hier sieht zwar wir haben fünf dort wo wir hier ein rhein und dann müssen wir mal schauen als sammler und ein träger hier haben sie auch die brücke schon fertig errichtet nichts zu berichten jetzt ja mal die milchhöfen anfangen wir wieder arbeiter brauchen hier sollten wir vielleicht markt noch platzieren hier am weg ein für kleidung machen wir noch ein für brot der radius ist ja nicht gerade ist mal hier zwischen auch eine richtung müssen wir mal schauen ist das nicht hier so nach hinten gelagert zwischen den wo bekommen wir alle gebäude wir müssten auch zwei hin passen ein für waren zu weit entfernt hier ist zu eng und das ist so schön ja dann machen wir das irgendwie anders ja der radius war ja einigermaßen hinter noch eine straße verliegen und häusern dann haben wir hier ist ein marktplatz das können wir eigentlich das war erst mal ein paar bäume entwerfen jetzt lieber die bäume dahin wo wir sie gebrauchen können werden wir jetzt hier ein paar häuser hinstellen und zwar habe ich nicht vergessen wo das war eins hier hin daneben noch eins gehen wir hier hin sehen das mal schauen doch wieder nicht kochen so so ich sehe die häuser natürlich falsch rum machen hier die häuser wir drehen einfach die häuser so so mal halbwegs dann können wir hier einen marktplatz marktstände hinbauen so wir kriegen gleich noch ein paar schöne bäumchen hinter ihren häusern dann kommt da einer hin weit weg so kann sie mal bauen so allein so allein so allein da natürlich wenn sie eine straße gemacht errichtet haben in mir schon wieder das geht ja mal gar nicht so 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 ich muss mal woanders lang laufen so lang wenn wir hier noch häuser hinstellen wollen wir ja hier warum die hier natürlich unten lang laufen ist auch fraglich da haben wir da einfach noch eine brücke hin ganz einfach nicht freigestellt zehn bürger fünf arbeiter arbeiter baumeister holzfäller markthändler markthändler zwei milch waren sind fertig markthändler es ist natürlich war jetzt werden wir erstmal kühl wir jetzt auch halbwegs die brunnen hinstellen können hier ein die ecke wird man nicht verlustet ein hier zwischen ein hier zwischen hier ist fraglich wo der weg lang geht das war das am besten auch ja klar das ist nicht mit er kriegt direkt vor seine tür ein ein marktplatz ist gebaut oder auch nicht natürlich nur so rum wir haben ja auch fisch aber trotzdem werden hier machen wir rot und kleidung und keine arbeiter hier war händler da haben wir die erstmal da ist ein brunnen da ist ein brunnen da auch ja der weg ist natürlich nicht sehr schön so wir bauen drücken braucht das land gerade dass man die nicht dreieckig machen also so im tee machen kann hier einfach eine von da da ist ein kleines stück höher verwenden müssen wir die ein höher machen hier noch stück verkürzen so erst mal so ist eine brücke ja zu den bühnen muss ja kein anderer beförderung alle zu bleiben vier arbeiter das ist doch gut wenn wir die erstmal hier hinpacken da zwei da zwei 57 bewohner haben wir gerade eine fischerhütte ist gebaut da müssen wir mal schauen hier haben wir was neues und zwar hohe können wir hier machen wir wo stellen wir jetzt das bier hin bier 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 her bier her bier her bier her hier in der den hopfen anbauen bei räumen ist die attraktiv die fruchtbarkeit selbst wenn wir die jetzt entfernen bleibt das erst mal noch ein bisschen auch eine große freie pflicht durch sehen ja hier vor da kann man am hopfen vorbei zu der nicht vorhandenen burg das ist doch mal eine maßnahme machen wir uns jetzt erst mal einen weg gehen sie immerhin dazwischen lang räume entfernen räume sind ganz schön am stören heute werden wir jetzt erst mal rumpfen anbauen das feld ist so klein ist nicht größer dann können wir hier auch zierbäume hinstellen den weg schön an den hopfen neben vorbei aber was man alles schön alles bauen kann sich gut überlegt macht sehr viel spaß natürlich wenn wir es wie erwähnt furchtbar übertreiben wenn möglich die ganze farte zugleißern dann hat man selbst so ein spiel in dem sinne fertig gespielt warum hat das gerade waren zu viele das macht ja nichts wo ist denn wer wird denn jetzt wir haben schon ein bisschen flächen wir haben schon mal hier genau noch welche bauen eben wir brauchen ganz viele rieben jetzt für rieben wir sind auch irgendwie trick müssen wir mal schauen auf zentrale wiener wiener ein ja ich will ja fisch 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 ja aber wir wollen die ja entfernen und keine neuen hinsetzen bewegen und entfernen bäume entfernen ah bären oh wollen wir jetzt hier auch fischen so macht man das doch dann können wir die hier noch auch entfernen so wissen wir immerhin dass das auch funktioniert so ah ich glaube ein neuer milchhof ist fertig nee ist nicht fertig also wollen wir den weg eingezeichnet so so machen wir mal ein bisschen vom herrenhaus direkt zur burg rüber dann machen wir das mal so 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 anpassen so hier auch ein schöner weg hinbauen Pflastersteine. Oh, wir lieben Pflastersteine. Die hier lang gehen oder ob das nicht geht wegen dem Bäume. Mal testen. So. So. Wenn wir jetzt. Die Fruchtbarkeit ist überall sehr hoch. Ausblenden. Ein. Hier. Kopfenbarm. Ah. Die brauchen ja auch einen Weg. Wir finden ja erstmal. Direkt an der Bohrkopf anbauen. Wir brauchen doch den Weg. Ach, schade. Ah, so. Hm, ein Hopfenform. So, ach nee, so. Lernen wir gleich, dann bauen wir links ein bisschen, also ringsrum Rebstreben an. Also kommt hier eine hin. Hier kommt eine hin. Machen wir hier auch noch zwei. Mal sehen, eine hier und drehen. Eine hier. So. So. Müssen wir noch mal gucken, dass sie jetzt genau hier lang durchgehen dürfen. So. Ja. Machen wir es. Weißt du, wo kommt die denn her? Ist ja nicht deren Ernst. Kommt mich aber scheiß an. Ah, geht's nicht lang. Nein. Mein Gott. Also hier lang gehen. Nachher alles wieder entfernen. Aber die sollen nochmal da lang gehen. Ja. Nein. Obwohl das geht eigentlich. Ne, das geht nicht. Ich bin ja wohl. Gebt den hier einen Weg. Wann darf er noch bilanzieren? So. Macht das höchste der Gefühle. Boah, lass das. Nachher vergessen. alles zu das und haben wir noch ein weg für das hier jetzt dürften sie eigentlich nur noch daran gehen ich das gern hätte da ist ein weg das ist aber sie benutzen den weg war ja schon einiges geschafft er geht da jetzt auch lang das ist auch schön wohnhäuser sind auch fertig marktstände auch wir haben zwar jetzt wieder diese dem mit ihrem gehäuse das hier können wir entfernen läuft da eh außen lang also wohngebiet haben wir ja hier nicht eingezeichnet da ist das nicht so schön dann können wir das rote wieder entfernen weil die müssen ja hier nicht den vorgarten kaputt machen ach jetzt will auch noch einer was von uns brot klappt ja nicht nein keine soldaten macht hat geklappt mit dem brot der wert wir brauchen sehr viele bretter alles andere aber das haben wir ja aber das ist ja auch nicht unsere priorität sondern wenn es bier wird jetzt hier die benutzen die wege das ist doch gut wenn wir direkt hier den weg flüstern das wenn wir doch machen aber erst mal gucken ja wir haben keinen arbeiter gerade frei müssen wir mal gucken ob wir das sinnvoll hinkriegen aber wir können den weg natürlich jetzt nur bis hier machen nichts innerhalb steht aber wir können uns schon mal vorbereiten nutzen wir zum glück immer die wege die sie selbst hinterlassen haben wir hatten jetzt hier hinten den dunklen den etwas helleren aber nehmen wir wieder mich den hellen so so und nochmal schauen die ein bisschen hier vielleicht so eine art platz oder kreuzung mal schauen mal schauen halbwegs vornherein gerade ist die hintereinander liegen können sehr empfindlich so ich habe eingesetzt aber ich habe nicht wenn du ich habe mich so was du das wie ich habe mich richtig das es ist das was ist es wie wir das sind Das ist jetzt aber ungünstig. Brauchen wir hier einfach einen Platz hin. Können wir ja später für irgendwas verwenden. Eine Doppelstraße ist eh viel schöner. Aber jetzt hat er gespeichert. Hier ist eine Abzweigung. Oh, das ist irgendwie... eben hier Ich kann ihn jetzt ja von hier aus weiterbauen, weil da vorne ist ja eine Burg, die noch keine ist. Seit dem hier war. Hier noch ein... Ofen gehen auf ganz kompliziert. Oh... 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 ist das hier ja das ist kompliziert mit den wegen jetzt müssen wir dann so rum das haben wir glaube ich irgendwie falsch rum gemacht aber kann man ja hinterher noch welchen hinlegen da fehlt ein stein den müssen wir jetzt natürlich noch kurz hinsetzen ja gar nicht oh nein die rasten da nicht ein das habe ich gar nicht gedacht so diesmal haben wir etwas geschafft bauen jetzt hier reden ein paar milchöfe fertig haben neue häuser einen schicken neuen weg sieht ja gleich viel besser aus mit so einem weg und hier pflanzen dann alles voll mit rebstöcken sieht dann schön aus wenn man zu dem bauerkonstrukt noch ohne inhalt gelangt das so dann bedanke ich mich fürs zusehen erstmal und der welt foundation abonnieren nicht vergessen bis zum nächsten mal okay Untertitelung des ZDF, 2020